Spaghetti Carbonara Die Zutaten für 4 Personen 500 Gramm Spaghetti 150 Gramm Schinken Guanciale oder Pancetta 80 Gramm frisch geriebener Parmesankäse 7 Eigelbe Nudelwasser Salz und Pfeffer Olivenöl Die Zubereitung der Spaghetti In einem großen Topf Salzwasser aufsetzen und zum Kochen bringen Nudeln hineinlegen und sie nach Verpackungsanleitung al dente, bissfest kochen Anschließend über einen Nudelsieb abgießen und dabei das Nudelwasser auffangen Die Zubereitung der Carbonara Den Schinken in Streifen schneiden Passt auf, dass ihr ihn nicht zu dünn und zu klein schneidet Verquirlt, also verrührt in einer Schüssel die Eigelbe mit Pfeffer und 2 Esslöffel Parmesan In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und den Schinken darin knusprig anbraten Die Nudeln in die Pfanne zu dem Schinken geben und eine Soßenkelle Nudelwasser dazugießen Das heiße Nudelwasser sorgt für eine gute Bindung Das verkrillte Ei mit Sahne darüber geben und sofort alles gut durchschwenken Einen Esslöffel voll Parmesan zugeben und nochmal etwas Nudelwasser einrühren Wieder durchschwenken, bis alles gut miteinander vermischt ist und eine cremige Bindung entsteht Zum Anrichten die Teller vorwärmen Die Nudeln mit einer Zange oder Fleischgabel aufdrehen und auf die Teller legen Dann einfach den Rest der Soße darüber geben Das sieht schön aus, da die Schinkenstücke dann oben liegen und nicht in den Nudeln untergehen Zum Schluss nochmal etwas Parmesankäse darüber streuen und servieren Mein Tipp, geht mit der Zugabe von Salz ganz vorsichtig um oder lasst es besser ganz weg Da der Käse, das Nudelwasser und der Schinken schon salzig genug sind Dieses Rezept ist nicht ganz einfach Ihr müsst aufpassen, dass ihr immer genug Nudelwasser in die Pfanne gebt Sonst klebt der Käse und die Spaghetti werden zu trocken Mit ein bisschen Übung zaubert ihr es genauso lecker wie in Italien